Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII Lightning Returns. Wir sind immer noch im Tempel Etros und versuchen den bösen Boss zu erreichen. Und ja, diese Stelle in diesem Spiel ist ziemlich schwierig, wenn man mal das Freunde jetzt sehen würde. Hier ist übrigens einer der stärksten Gegner des Spiels, der will uns hier besiegen. Aber wir weichen ihm lieber aus. Ähm, es kann auch sein, dass ihr diese Szene schon mal gesehen habt. Weil, erstens habe ich lange nicht mehr aufgenommen, zweitens habe ich einige verschiedene Spielstände. Liegt einfach da. Jetzt hätte ich meine Kappe. Es ist Zeit. Es ist etwas, was wir euch sagen müssen. Ihr müsst wissen, wer wir sind. Was wir sind. Das ist Chaos, aus dem Unsehen Realm. Light, was ist passiert? Meine Sprüche sind auf den Schaden. Kannst du mich hören? Es war wir uns. Wir haben den Welt. Du bist die Sorge der Original Chaos. Der Chaos, der aus dem Unsehen Realm aus dem Unsehen. Du hast viele verschiedene Leben erlebt. Wir sind immer wieder auf dem Unsehen. Wir leben und sehen Kaios wieder. Wir leben und sehen Kaios wieder. Mit jeder Todes, unsere Wurzeln wurden mehr schrecklich. So, das alles begann, weil du kein Khaier verletzt hast, bis die Wälde zu verletzten, um ein einzigen, dunklen Mass zu verletzten. Als das Chaos nicht gesehen wurde, konnte es nicht stoppen. Es kam raus und legte dich in den anderen Räumen. Es verletzte die dam, die die Gottes gegründet hat. Es verletzte die Boundaries zwischen Worlds. So, das all begann, weil du nicht von Kaios verletzt hast? Der Chaos und all seine Macht hat aus deinem Need. Need? Ja, ich brauchte ihn mehr als alles. Er war alles für mich. Der Angst zu sein hat mich verletzt. Es wurde monströsisch. Es ist das Chaos nicht gesehen, die Strände unserer Minden zusammengezogen. Wir sind ein und das gleiche. Wir sind diejenigen, die erneut sein zu sein. Wir sind diejenigen, die ihm Leben geben, als er für die Todes grüßt. Aber wir sind auch diejenigen, die gebeten, dass er die Freiheit findet. Wir sind eine kontradition, die nicht beurteilen kann. Und der Chaos ist unsere Liebe für ihn. Ja, denn ich hatte diese Aufnahmesession schon gemacht. Natürlich ist sie runtergefallen. Spricht sie an. Danke. Oh, das war ein Ball. Aber zu dem kommen wir gleich. Ähm, ja. Denn ich hatte auch schon mal den Boss gemacht. Dadurch, dass ich dahinten schon gespielt hatte. Und meine Fresse ist dieser Boss nervig. Ihr könnt es nicht fassen. Also, ich habe mittlerweile schon zweieinhalb Stunden versucht, diesen scheiß Boss zu besiegen. Und natürlich... Oh, die Lightning! Ich hasse dich manchmal! Richtig! Und denen spricht sie manchmal die Charaktere an. Boah! Und die fällt runter. Oh, schön. Und natürlich! Und wieder fällt Lightning runter. Und jetzt spinnt meine Kamera auch noch schön. Jetzt sind die Plattformen gleich weg. Nein, war nicht. Wenn die Lightning mal richtig springen würde. Oh! Oh! Ich springe nicht. Hannik in das Spiel ist auch sowieso ein bisschen verwirrend. Also, sie springt nicht wirklich schön. Möchte ich dazu sagen. So, jetzt wollen wir erstmal den Ball da drüben holen. Wenn ich anscheinend verkackt habe. Okay. Jetzt habe ich den Ball verschissen. Okay. Aber wir kommen jetzt nämlich sowieso gleich, glaube ich, zum Boss. Ah, ne. Komme ich hier... Ja, hier komme ich zum Ball. Und dort finden wir Polit. So, jetzt müssen wir nur noch hier um die Ecke. Ich glaube, wir sind gleich da. Und jetzt sind draußen auch noch Autos. Ich hoffe, ihr hört das nicht, dass da draußen Autos rumfahren. Wäre natürlich jetzt suboptimal. So, da hinten ist nämlich der Boss. Und ein Moment. Okay. Da bin ich auch wieder. Und ein Moment. Jetzt möchte ich euch noch meine Kampfgarnituren zeigen. Ähm. Wichtig ist es bei diesem... Also, ich habe jetzt hier Todesengel Rang 1. Sodat. Und, ähm... Inzif... Ny... 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 Wichtig ist bei diesem Bosskampf zu wissen, dass man... Hier dieses Debross und Fluch braucht. Ähm. Sonst könnt ihr ja gar nicht mit dem Boss anfangen. Ich habe auch schon andere... Probiert. Aber... Die werde ich euch denn erst später zeigen. So. Jetzt kommt erst mal eine Zwischensequenz. In diesem Dying world, nothing is more precious than time. Why do you waste it on me? Does my victory still sting? Do you seek vindication? I'm not here to fight you. That won't wipe out the past. So you're here as the savior. To offer me salvation. It's for Yule's sake. She asked me. I refuse. I'm not asking for permission. The chaos here needs to be brought under control. I'm gonna do what Yule asks. You think you know what she wants. Even if one you will praise for my salvation, another demands the opposite. Very well. Do your best, Hunter of Souls. Cleave the evil from me and save me if you can. If you wish to have my soul, you must take it by force. No more destiny. No more fate. Yeah, Kajos. Es ist hier kein Fehler, sondern er hat tatsächlich nicht eine einzige Schwäche. Das ist schlimm. Wir können mal gucken nach Schockbedingungen. Angriff bei gegnerischem Brechermodus ausführen. Feuerelemente Angriff bei gegnerischem Verheerausführen. Was? Eiselement Angriff bei gegnerischem Verheerausführen. Blitzelement bei Verheerausführen. Man sollte ihn ziemlich mit Fluch und alles mögliche bearbeiten. Das ist was ich euch empfehlen kann. Ja, das Auge guckt mich an. Okay. Der Typ hat auch ziemlich brutal harte Attacken. Also ihr solltet hier aufpassen und er macht immer am Anfang diese Attacke. Also egal wie ihr anfangen, er macht immer diese Attacke. Und ich hab sie geblockt. Cool. So, jetzt solltet ihr ihn schön mit Fluch angreifen. Und danach versucht ihn irgendwie anzugreifen. Oh. Er liegt am Boden. Schön. Was? Lightning! Wieso trifft sie ihn nicht? Ey, jetzt nicht deine Hand, Lightning! Das hat sie so total gefuckt! Ich werde auch diesen Bosskampf so gut wie gar nicht kommentieren. Wenn ich ihn schaffen sollte jetzt, was unwahrscheinlich ist, dann bin ich episch. aber der Typ ist so total stark. Also ich halte jetzt einfach meine Klappe und die muss jetzt zugucken. Und wenn ich ihn schaffen sollte jetzt, dann werde ich das jetzt natürlich nachkommentieren. Weil ich kann hier dazu nichts erzählen. Ich denke, du magst das. Was passiert jetzt! Ich denke, du warst ja bald okay. Hallo? Ja! Oh Gott, jetzt hat er mich wieder in die Luft gerissen. Oh Gott, jetzt hat er mich wieder in die Luft gerissen. Oh Gott, jetzt hat er mich wieder in die Luft gerissen. Jetzt hat er mich wieder getroffen und ist auch schmutzig. Man sieht halt einfach nie wann er in irgendwelcher Phase ist. Oh Gott, du blöde Kug, warum blockst du einfach nicht? Oh Gott, jetzt hat er mich wieder in die Luft gerissen. Oh Gott, jetzt hat er mich wieder in die Luft gerissen. Oh Gott, jetzt hat er mich wieder in die Luft gerissen. Oh Gott, jetzt hat er mich wieder in die Luft gerissen. Oh Gott, jetzt hat er mich wieder in die Luft gerissen. Ja komm, ey, wann soll ich das sehen, wann mich der Typ angreift, ganz ehrlich. Ich seh das nicht, wann der Typ mich angreift. Der kann einfach angreifen, wann er will, das ist so nervig. Genau, 800 ist klar. Es war so klar, genau.